Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die Psycho 1 Batterien dran. Da werden wir noch einen schönen Dreierfächer basteln. Da hänge ich euch gleich nochmal am Anschluss ein Bild dran, wie das Ganze aussieht. Und zu der einzelnen Batterie, wir haben hier 20 Sekunden bei jeder Batterie, 16 Schuss. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, 20 Millimeter, ja viel mehr wird es nicht sein. Und jede Batterie hat 112 Gramm NEM. Ist natürlich ein F2 Artikel von Pyrotrade und gekostet hat sie knapp 5 Euro, ich glaube 4,95. Also Freunde, sehen wir uns dann gleich draußen bei der Zündung der Psycho 1. So, jetzt haben wir hier den Dreierfächer der Psycho 1. Achtung, ist der Fächert. Also, wir werden hier den Dreierfächer der Psycho 2. Also ich muss nächstes Jahr unbedingt mal die Fächerung ein bisschen kleiner stellen. Aber trotzdem, top für 5 Euro die Batterie, 3 Stück für 15 Euro und ihr habt ein schönes Bild. Von daher, Kaufempfehler von mir, für euch und bis zum nächsten Video.